du darfst im kreis 15 mal alter bitte auf den arm nehmen jetzt bin ich untergegangen zu dir und du gehst hoch lichtkamera action herzlich willkommen zur 11 von minecraft dem mega projekt immer wie immer mit christian und jasper online und day patroller ja alles lau geil Scheiße. Scheiße. Wo bist du? Ich bauche mich gerade zu... Leute, kann mal kurz einer an Nether kommen und mir sagen wo ich rauskomme? Ich bin hinter dir. hier einmal und zweimal leute kann man kurz einer nether kommen wir sagen wo der ausgang ist noch einen tüter ich danke du scheiß gas durch die ender perle und mein leben kaputt gemacht ich bin so gut wie tot was ist denn los alter was ist aber diesen scheiß mobs lauf nach rechts lauf nach rechts und dann bin ich in so eine höhle rein hast du eine karte mit europa jahre nicht die bach ja immer die stadt herum im nether schon sagt doch mal die koordinaten wenigstens oh mein gott mein gott die verflachsten mobs alter was hatte das von den einfach mal bei unserem nether portal um immer wieder also leute und vor allem lauf hier lang lauf schneller nicht mehr so schnell und wenn was seine mission ich bin heute noch verzaubern ja jetzt noch mal rein ja wahrscheinlich mal alter jetzt bin ich untergang zu dir und du gehst hoch du machst mich an du machst mich aggressiv ich würde ich am liebsten jetzt herunter schubsen nein ich meine kristiano er rennt 15 mal im kreis alter und sagt ja ich weiß wo lang ich gehe in die falsche richtung in die falsche richtung alle richtung ich sehe deinen namen nicht ja unter euch ich bin unter euch du bist du bist du guck mal unter dich ja ich sehe ihn ihr müsst kraft euch hier runter kraft euch runter ich habe ja jetzt jetzt sehe ich es kraft euch hier unter kraft euch hier unter ihr seid genommen ich kann ich nicht krepp an er hat bei der wahl und ich bin nicht um kurz hochzeugen der jetzt ein liebter und so auch nicht und so auch nicht ins locken pro er hat was nicht gesagt kommt ein weiterer aus kann man Danke, Jasper, dass du dein Leben riskiert hast. Svenno hat ja total fehlgemacht. Guck mal, guck mal, komm nach dem Eingang. Bei Nacht gehen sie an und bei Tag gehen sie aus. Eine Frage, warum ist hier um Wasser? Ja, schein ich dir, komm hoch, ich hab auch was gebaut. Ich dachte grad, das läuft in meinen Rüstung rein, Alter, ich wäre so hart ausgerastet. So, jetzt mach ich noch mal kurz mein Schwert auf Schärfe 3 und Rückstoß 2. Läuft bei mir. Jetzt kann ich auch noch mal direkt irgendwas hier an der Rüstung verzaubern. Warum baust du die nicht gleich in den Boden rein? Haltbarkeit. Eine Ahnung. Haltbarkeit. Warte. Schatz 2. Schatz 2. Schatz 2 nehme ich. Ja, das ist gut. Wie viel Level hast du, ne? 26. Haltbarkeit, Haltbarkeit, Haltbarkeit. Schatz 1. Wow. Wow, Alter. Ey, wollen wir nicht mal, ich, ich schwöre Kraft nur Leiner. Aber ich brauch die Lava. Ich brauch die Lava. So Leute, wartet. Das war's mit der 11. Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lass mir ein Abo da. Haut rein. Und tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. 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 Ciao.